Der heutige Beitrag von KRONE TV richtet sich nicht nur an Fuhrparks mit überwiegend Krone Fahrzeugen, sondern auch respektive sogar insbesondere an die, die mehrheitlich mit Marktbegleitern bestückt sind. Denn unser heutiges Thema ist nichts geringeres als die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Und das wollen wir erreichen, indem die Aufflieger aller Hersteller ein ganzes Trailerleben zuverlässig und sicher im Einsatz sind. Und zwar mit Hilfe von Ersatzteilen aus dem Hause KRONE mit der Marke KRONE TRUSTED. Und was im Detail dahinter steckt, erklärt uns jetzt freundlicherweise der Geschäftsführer Service, Herr Ralf Faust. Hallo Herr Faust, was können wir uns konkret unter KRONE TRUSTED vorstellen? Hallo Herr Schäfer, unter KRONE TRUSTED verstehen wir als Marktführer im Trailerbereich Markenartikel, die wir in großen Mengen heute beschaffen können, dadurch auch zu erheblichen Knallerpreisen in den Markt bringen. Unter KRONE TRUSTED versteht man aber insbesondere Ersatzteile, die sich nicht nur auf das KRONE Fahrzeug beziehen, sondern unter KRONE TRUSTED versteht man Ersatzteile, die wir in einem zeitwertgerechten Einsatz bringen wollen. Dieser zeitwertgerechte Einsatz ist in der Regel nach der abgelaufenen Garantiezeit und richtet sich ausschließlich für die Verschleißbereiche komplett im Trailergeschäft. Herr Faust, Sie nannten gerade das Stichwort Verschleißteile. Liegt darauf der Fokus bei KRONE TRUSTED? Ja Herr Schäfer, der Fokus liegt im ersten Schritt komplett im Verschleißbereich der Teile, aber ist ausbaufähig, sodass wir geplant haben auch weitere Teile in das Sortiment aufzunehmen. Wir haben mit KRONE TRUSTED hier auch eine zeitwertgerechte Ersatzteilstruktur geschaffen, die nicht bedeutet, dass es Chinese Plagiate sind, sondern wir haben diese Teile einem extremen Qualitätssiegel unterworfen, wie man es bei KRONE kennt und somit reden wir von zeitwertgerechten Ersatzteilen, die extrem in den Standzeiten der Originalteile sehr nahe kommen und dies wollen wir natürlich auch erweitern. Reduzieren wir uns denn dabei auf KRONE Fahrzeuge? Nein Herr Schäfer, wir reduzieren uns dabei nicht nur auf unsere starke Marke KRONE, wir forcieren dabei insbesondere im Fokus den Mischkurpark unserer Kunden, wo wir auch für Trailerwettbewerber und deren Achsfabrikate und natürlich der Vielfalt an Achsen im Trailerbereich alle Teile zur Verfügung stellen. Super interessanter Ansatz Herr Faust, jetzt müssen wir nur noch klären, wo genau kann man diese Teile finden und wie müssen sie geordert werden? Finden können Sie diese Teile über unseren Online-Shop, den finden Sie natürlich über die Homepage. Unsere User verwenden dabei die Fahrgestellnummer, wie gewohnt. Ihnen wird dort automatisch auch der sogenannte Streichpreis angeboten, das heißt eine Alternative zu den dort befindlichen Originalteilen, aber natürlich auch gebindeabhängig. Das heißt, diese Teile finden Sie gebindeabhängig in Mengenstrukturen, insbesondere für unsere Importeure oder unsere Töchter, wo wir diese Teile dann im Ausland entsprechend vermarkten. Herr Faust, vielen Dank, das werde ich mal sofort ausprobieren und Details dazu in der nächsten Folge von KODE TV. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020